Hallo, mein Name ist Daniel, das ist der Alois. Wir kommen beide aus Bayern, aus dem schönen Bayern in Deutschland. Wir sind vor zwei Wochen hier angekommen und waren auf der Suche nach einem schönen Schneider, oder ja, sagt man ja hier, Trailer. Und dann haben wir eben diesen Sogo Boss Trailer in der Cousin Road gefunden. Hat sofort einen super Eindruck gemacht, vor allem, hier ging es nicht um den schnellen Verkauf, wir wurden erstmal eingeladen. Dann hat man uns die verschiedenen Qualitäten gezeigt, die Unterschiede zwischen den Qualitäten, was es für Stoffe gibt, was es für Möglichkeiten gibt. Hat uns bereits bestehende Anzüge gezeigt, hat uns eben auch die Preise anderer Kunden gezeigt, auch Rechnungen. Wir hatten wirklich völlige Transparenz. Wir hatten auf jeden Fall ein gutes Gefühl, vor allem, weil wir zuvor noch nie Erfahrungen in dem Bereich gemacht haben. Und haben uns dann auch entschieden, hier einen Anzug schneidern zu lassen. Und haben aber dann auch, ja, zwei Tage später das Ganze anprobiert. Das hat wirklich sehr gut gepasst. Wir waren sehr zufrieden, sehr glücklich. Auch die Qualität, die Nahten waren sehr gut. Und dann haben wir uns dazu entschlossen, nochmal zusätzlich T-Shirts, beziehungsweise Hemden und spezielle Hemden für den Alltag zu machen. Und auch die passen sehr gut. Also wir sind wirklich sehr zufrieden und können den Schneider sehr empfehlen. Wir werden jetzt zurückgehen nach Deutschland mit einem guten Gefühl und können den Täler auf jeden Fall empfehlen. Und werden bestimmt aus Deutschland nochmal das eine oder andere nachbestellen. Also vielen Dank für die Empfehlung. Und er hat uns jetzt noch gebeten, noch ein kleines Video zu machen. Wir waren damit einverstanden, weil wir ein gutes Gefühl haben und glücklich sind. Vielen Dank. Danke.